Herzlich Willkommen zurück bei Happy Wheels Und wollen wir mal gucken, was wir heute so alles zerstören können und wen wir alles töten können Wir fangen, glaube ich, mal ruhig an mit 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 Ja, womit fangen wir denn mal an? Sag doch mal was Meinst du? Hardcore Run? Nee, komm Impossible Arrow Run? Nee, komm Irgendwas ruhiges, ich muss doch irgendwas ruhiges geben Wo ich jetzt sagen kann, ach Der schöne Einstieg in eins der kinderfreundlichsten Spiele der Welt Happy Wheels Nein, ich will keine Bälle werfen Verdammt nochmal Keine Bälle werfen, nein Und ich will auch nicht fallen Wobei fallen? Longes Spike Fall Warum nicht? Machen wir mal ein Spike Fall Ist es mal Ja, da wollen wir doch mal gucken Segway Steve Steve Yippie Ich hab zwar nicht gelesen, wofür Rot steht Aber es ist bestimmt was Gutes Bestimmt Das machen wir nochmal, oder? Ja, komm Ich will unten ankommen Ninja Oh mein Gott Nein Sogar schlechter als letztes Mal Nein, aber das ist gut 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 Nein Ich glaube bei Rot steht You are awesome Und ich mag awesome Also Einen Versuch noch Einen Versuch noch Einen Versuch noch Nein Ja, ich glaube Ja, los Steve Nein Falsche Richtung Gott Wir sind Gott Und wir fallen noch Oder Steve Komm, du kannst dich noch wehren Komm, du kannst dich noch wehren Du kannst dich noch Du kannst dich nicht mehr wehren Gut Steve, du bist Gott Mit einem ultralangen Ich denke mal, das soll der Darm sein Das einzige, was ich mir da jetzt erklären könnte Von daher Mit einem ultralangen Darm Der außen steht Was mir ein bisschen Sorgen machen würde Allerdings in der Tatsache, dass ich keinen Körper mehr habe Beziehungsweise Ein Körper, der weit unten hängt Ist das voll in Ordnung Bottle Run Komm, wir machen nochmal einen Bottle Run Das sah ich bisher immer gut aus Und Komm schon, Billy Wir schaffen das Vielleicht sogar zu zweit Nein Komm, komm, Billy Ach, Billy Du sollst doch nicht immer den Kopf verlieren, man Yippie Wo wollen wir hin? Da wollen wir nicht hin Hier wollen wir hin Ich sag ja, Bottle Run, das liebt mir Nein, Brian Brian, nein Stopp Brian, nein Danke Der radelt einfach weiter Der ist so radelverrückt, der Brian Das ist unglaublich Ähm Nö, 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 nö Ne? Loading Levels Was haben wir denn hier noch? Epic Glass Break Warum nicht? Break your glass Ja, ja Wie die Missionen, die Lassen wir mal Brian und Billy Die werden das schon packen Eins, zwei Und Hopp Auch Billy Ach, dann bleib doch hier Verkacktes Kind Kannst eh nicht sprechen Ist langweilig Brian macht das jetzt alleine Alleine Ich hab gesagt, du machst das alleine Sollst sie liegen bleiben Schlafen ganz zu Hause So, lassen wir fallen Und Hinein Oh Gott Du bist genauso nutzlos wie dein Sohn Aber du strampelst weiter Ja, gut Brechen wir eben nur die Hüfte Ist so in Ordnung Ist doch viel entspannter Und Du bist echt genau So nutzlos wie dein Sohn Aber du kannst noch winken Mit dem Stummel, den du da hast Früher mal dein Arm war Anscheinend Ne, jetzt ist er tot Okay Aber Die Glass Break Dinger Finde ich auch ein bisschen Langweilig Muss ich sogar sagen Aber wir schauen mal Was wir noch so Haben Ja, wieder ein Tobuscus Level Dann haben wir hier PewDiePie Wieder Natürlich Die verfolgen einen Wirklich Nicht nur auf YouTube Sondern auch hier Das ist unglaublich Na gut Die beiden haben da ja auch schon Was weiß ich wie viele Folgen Von gemacht Von Happy Wheels Von daher Ja Lade die Level aber Ein bisschen schneller Danke Kill Kid Amateur Epic Ways to Die Warum nicht Schauen wir mal wie epic Die Ways sind Wait for the Camera Okay Wenn du dieses Zeichen siehst Dann könnte die Falle dich Töten Was für eine Kamera Kommt da jetzt noch eine Kamera Nö Yippie Hallo Ah Okay 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 Wir haben Elfen zerschreddert Was mit der Fette da oben Ich will die Fette Ich will die Hallo Ach Leck mich doch Und bleib doch eng Bring knife to gunfight Könnt ihr mich töten Wie sollt ihr mich das denn töten Achso Wenn du das Schwert fallen lässt Oh Gott Ne wegen der Explosion Ich find's irgendwie Ich weiß nicht ob ich's Ähm Erschreck Was So Wie bin ich denn Verstorben Sieh Das hast du gemacht Und guck mal wie er den Zeckway mit dem Kopf Noch anstitt Hupala Der hat mich verschluckt Ähm Also ich nicht Mich jetzt Sondern Äh Wissst du was ich meine Ähm Ah Ganz ehrlich Es ist doch Sogar im Tod Quasi Hat er es noch geschafft Seinen Zeckway Anzuräumen Ich will nicht Ich will nicht Für die Kamera warten Jippie Ich darf nicht so lang So lang Oder so laut Halt lachen Und wenn ich immer Kriege immer einen Hustenreiz Ach Schlimm Aber Wieso bin ich denn da jetzt rausgegangen Na gut komm Machen wir mal was anderes Einfach mal den Koch Den Koch Den Koch umgehauen Den Kopf abgehauen So Rockfall Hippie Nimm mal Vater und Sohn Komm wir bleiben bei denen Bei Brian und Billy Oder nur bei Brian Brian hüpft Und Brian fällt Und Brian Komm Das kriegen wir hin Denk an deinen Sohn Wobei dann kriegt er wieder nix Sind Und Wir leben immer noch Ich bin begeistert Komm Brian Robbe dich vor Sei die Robbe Was hat Das Ding Vor Na 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 Ich sag schon automatisch Wenn irgendwas schief geht Das ist die War Sagway Geil Komm das machen wir nochmal Das will ich jetzt Aber wir können das gleich Wenn wir es jetzt nicht schaffen Dann machen wir es mit dem Mit dem Mit dem Sagway Sagway Geil Mensch Du hast da irgendwas am Arsch Kann das sein Es blutet so Och du hast dein Beid verloren Alles klar Alles klar Alles klar Wollte ich nur genau wissen Wenn ich nichts falsches verbreite hier Und wehe du stirbst jetzt wieder Jibbi Nein Da sind ja Stacheln dran Na gut Jetzt hast du halt Jetzt hast du es angepasst Nur noch ein Arm Nur noch ein Bein Und wir haben es geschafft Brian Du bist mein Held Hupala Deswegen hau ich einfach das Mikro um Dass ich hier Improvisationstechnisch Genial Hier aufgestellt habe Weil Es hat mir nämlich Bei einer Aufnahme Von einem anderen Let's Play Oder direkt davor Das noch nicht raus ist Das Let's Play Was auch ein LPT Wahrscheinlich wird Ähm Da habe ich dann Nämlich meinen Mikrofonständer Zerschmettert Und deswegen musste ich mir Behelfsmäßig Das Mikro Irgendwie anders festmachen Aber das klappt ja alles Der Ton Es wird noch aufgenommen Alles super Alles super Muss ich gucken Dass ich mir demnächst Einen neuen Mikrofonständer Raushauen kann Oder rausboxen kann Aus meiner Aus meinem Budget Sag ich mal Aus meinem Budget Kill your boss Mach ich Wunderschön Diesmal darf Segway wieder ran Ich nehme die anderen Charaktere gar nicht Ich habe so meine Lieblinge You're late You're fired Du kannst mich mal Stirb mit mir Wieso stirb du Steve Steve du bist ein Versager Wo sind deine Arme Und deine Beine schon wieder hin Ach dein Arm ist noch da Alles klar Komm was kriegst du noch hin Komm Steve Steve Was machst du Falsche Richtung Falsche Richtung du Idiot Nein Du sollst in die andere Richtung Los komm Steve Komm Steve Komm Steve Los 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 Steve 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 Komm Steve 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 du bist ein Versager Purple Ball Throw Nehmen wir jetzt mal Ich nehme den Keine Ahnung wer es ist Bei Brucie Das ist ja schön für Brucie Ach der Der andere Yippie Oh gut dann werfen wir ihn Ey du sollst nicht Ich werfe dich Nicht du mich Was da irgendwie gerade komisch aus Nimm das Schwert Los Nein Nimm es raus Nein Zieh es raus Zieh es raus Zieh es raus Ach du hast mich geteilt Ach das ist ja Okay Gute Ordnung Danke Okay Okay das machen wir nochmal Einmal räuspern Yippie Was heißt denn hier Dammit Du hast ja gewonnen Yippie I'm free Und tot Wir haben einen verpasst Wir haben einen verpasst Ne Das never Oh ich Scroll hier mal hoch Aus Versehen Scheiß mal aus Okay dann nicht Das war ein Zeichen Ein Zeichen Smush Quiz Ne Tut mir leid Da würde ich total versagen Muss ich sagen Warte mal kurz Ich muss mich kurz einmal Räuspern Ein leiser Räusperer Während er immer noch lädt Warum lädt der so lange Ich weiß es echt nicht Eine Aufnahme wird es nicht lieben Lieben Eine andere Aufnahme Wird es nicht lieben Und er lädt Und ich glaube Er hat sich schon wieder aufgehangen Ich Oh Ich habe es einfach nicht Warum sich das bei mir So oft aufhängt Aber Wir sehen uns gleich Wieder Bis gleich Und da Sind wir wieder Bei Happy Wheels Ich bin wieder zurück Diese kleine Pause Ich weiß echt nicht Warum sich das so viel So oft aufhängt Hier bei mir Ich weiß es Wirklich nicht Was haben wir denn hier Ich bin jetzt mal Bei Newest Bei den Neuesten Diesen Monat Nö Habe ich jetzt keinen Bock drauf Rating Diesen Monat Awesome Kurs Hatten wir den nicht Ich weiß es nicht Don't move or die Komm Sollen hatten wir glaube ich Noch gar nicht So ein don't move Oh wir sind der Der Obdachlose im Rollstuhl Und kriegen ordentlich Einen auf den Deckel Anscheinend Ich frage mich wirklich Wie lange so ungefähr Die Leute An so einem Level sitzen Ähm Okay Da ist übrigens Ein Ratten mitgekommen Nicht dass das Irgendwie jetzt Das Ah Oh 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 Ui Also nicht schlecht Der Timing Also Ist Augenmaß pur Ne Ja Ist schön Was haben wir denn hier noch One Drop Ne Human Assassin Kill Rap Battle Lady Komm mir irgendwie so bekannt vor Hier Naked 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 Eddie's Naked Komm wir machen Eddie's Naked Hier Dann kriegen wir Dann wird das Video Bestimmt ein Knüller Dann schreibe ich das rein In die Videobeschreibung Und im Text Einmal die Überschrift Videotitel Ist einfach nur Naked 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 Also wirklich Wrecking Ball Da habe ich mir vorhin schon Gegen gewehrt War es vorhin noch Ich glaube diese Folge war das Nicht Oder die erste Folge war es glaube ich Da habe ich die Videos hier Oder die Ich sage immer Videos Diese Level hier schon mal So Ähm Ja Ich weiß es nicht Aber ich probiere es nochmal Ach Darum nicht eine Mine Ne das hatten wir noch nicht Darf ich jetzt schaffen Ähm Ne Ja so wollte ich das machen Genauso Und jetzt aber Nein Ich will die darunter schubsen Oder die vorher zum explodieren Bringen Du sollst dich nicht draufsetzen Du Pfeife Der hat überhaupt keinen Namen Der Charakter Aber ich den so wenig benutze Wie können wir den denn mal nennen Dummesel So ist Dummesel Wow Was ist denn so ein Name Für jemand richtig unnützen Nee Einer schreibt jetzt Knoten Und in die Kommentare Ha Und oben drauf gestanden Unbelieb Warum zählt das nicht als gewonnen Für mich zählt das als gewonnen Scheißer Puhn Ähm Was haben wir denn hier noch Ninja Segway Man Steve Du bist ein Ninja Was ist denn mit meiner Stimme Oh Don't move Wir sind doch trotzdem tot jetzt Oder nicht Nee Steve ist heile Steve Steve wurde ins Gesicht geschossen Und er ist trotzdem am Leben Steve ist ein Held Der kann auch Durch ne Kanonenwand Seine Beine packen Ähm Ich weiß echt nicht Was in meiner Stimme gerade los Ob das von vielen Labern kommt Wir haben es geschafft Was will ich Eine Überraschung Der Ninja Segway Man Der mich am Anfang Eher an die Matrix erinnert hat Oh wir gerade vom Thema sprechen Matrix Very hard But possible Nope Dösbuddle hier Kriegt es nicht in Dösbuddle Das ist ein super Name Dösbuddle Dösbuddle Und das Gehirn ist geflohen Das ist intelligent Das einzig intelligente an ihm Ist das Gehirn Du willst mich doch veräppeln Ey Yo Ich will das jetzt schaffen Oh dieses hoch und runter Dann scrolle hier Okay jetzt aber Das war doch nicht so blöd So war da nix Okay Raiding Quiz Okay Time for a quiz Okay Alles klar Wir werden nicht sterben Wie viele Arten von Tieren Gibt es Oh Gott 7 Milliarden Glaube ich nicht 8,8 Millionen Ne Doch 8,8 Millionen Wobei Wenn auch Insekten zuziehen Könnte ich mir das hier schon vorstellen Wenn ich nimm das Moment Moment Marki Ich kenn den ganzen Typen nicht Also ich kenn ihn schon Also ich hab ihn schon mal Auf YouTube gelesen Den Namen Mensch Mauszeiger Das ist nicht dein Video Raus hier Ähm Ich hab wirklich keine Ahnung Mark Edward Fischbach Ich sag einfach Ja doch Fischbach Fischbach Mark Edward Fischbach Das Internet Wann das Erfunden wurde 1972 Ich sag einfach Ich hab keine Ahnung Wirklich Es war eigentlich Eine Schande In meiner Generation Das nicht zu wissen How many cups Are you six gallons Woher soll ich das wissen Ich bin Deutscher Haben wir eine andere Mess- und Maßeinheit Oh Gott Ich sag einfach mal 96 Keine Ahnung Wie ich das jetzt Bestimmt habe Ich bin eigentlich Ich krieg am F Am Ende Tobuskos Was Ich wusste nicht mal Dass der zu einer Universität Auf einer Universität War Oh Gott Was trau ich ihm denn zu Komm Irgendwas mit Mathe Tobuskos Ich Tobi Tut mir leid Wenn ich das Wenn ich dich jetzt Falsch Was Das haben wir Ronin Du hast Das war bestimmt Ronin Grading List Aber wir haben immerhin Boah 50% richtig Das ist bestanden Wie wir haben nicht bestanden Das haben wir nicht bestanden Wir haben noch 50% richtig gehabt Ach du kannst mich mal Dann halt nicht Dann beende ich die Episode Hier jetzt einfach mal So hast du nur davon Und wir sehen uns In der nächsten Folge Wieder Von Happy Wheels Wie immer Daumen hoch Daumen runter Wie ihr wollt Kommentar für Verbesserung Nachricht für Anfragen Und Verbesserung Wie auch immer Was ihr sagen wollt Sagt mir ins Gesicht Dann habt das hinter euch Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Tillü